Das ist der Landtag, mein neuer Arbeitsplatz. Den möchte ich euch heute vorstellen, damit euch nicht langweilig wird im Schnelldurchlauf. Das ist der Landtag. Hier geht's rein. Der Landtag von innen, die Kaffeebar. Hier gibt's den weltbesten Kaffee. Gemälde 1, Gemälde 2 und 3, der Plenarsaal von oben und von unten. Die Landespressekonferenz, sehr spannend. Der Gang zum Fraktionstrakt, unsere Pressestelle, der liberale Club. Neuer Fraktionssaal, alter Fraktionssaal, ist zu klein geworden. Rundeaufzug, sehr langsam. Aufzug aufs Glas, sehr, sehr langsam. Die Kantine, sehr lecker. Die Terrasse, sehr schön. Unser hauseigener Friseur, bei meinen Haaren brauche ich nicht. FTP-Würfel im Flur, mein Büroschild. Mein Büro? Nussecken im Büro, die müssen auch erstmal abtrainiert werden und zwar im Fitnessstudio. Alexander fährt in die Garage. Mit welchem Auto? Mit dem Fahrrad gleich oder was, wie mit dem Zug hier. Untertitelung des ZDF für funk, 2017